Moin Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf dem Kanal. Heute mal ein etwas traurigeres Thema und zwar hat sich der Twitch-Streamer Rackfull scheinbar das Leben genommen. Und ich habe mir einfach nur gedacht, weil ich vor ein paar Wochen, Monaten die Doku über ihn gesehen hatte, wo ich das erste Mal wieder seit vielen Jahren mich auch mit Rackfull beschäftigt hatte. Und in der Doku wurde auch schon viel über seine Depression gesprochen und auch vor ein paar Monaten, wie gesagt, als ich mir die angeschaut hatte, hatte ich schon so drüber nachgedacht, ob man vielleicht mal einen Livestream macht auf Twitch. Wo man sich die Doku anschaut und auch über diese, ja, hört sich so dramatisch an, Schattenseiten, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens im Internet ist, redet. Ja, das war quasi schon damals mein Gedanke. Und ja, jetzt hat er sich anscheinend tatsächlich das Leben genommen und ich will jetzt gar nicht so tun, dass ich mich irgendwie mega fett mit ihm beschäftigt hätte oder ihn jetzt mega fett verfolgt hätte oder ihn mega gut kenne. Das ist auf gar keinen Fall der Fall. Wie gesagt, ich kenne ihn noch so sehr grob aus der WoW-WT-K-Zeit, glaube ich, wo er auch schon sehr viel Arena gespielt hat. Da habe ich ihn, glaube ich, auch manchmal verfolgt, aber danach habe ich ihn auch komplett aus den Augen verloren, weil ich selber auch mit WoW dann gequittet habe. Mit Calaclysm und alles, was er danach gemacht hat, wie gesagt, habe ich absolut überhaupt nicht mehr verfolgt. Ich habe auch nie einen einzigen seiner Real-Life-Streams oder so gesehen früher. Ich bin, wie gesagt, erst durch die Doku vor ein paar Monaten oder Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau, wieder auf ihn aufmerksam geworden. Übrigens, er ist gerade auch live auf Twitch hier irgendwie. Also da werden irgendwie frühere Aufzeichnungen gezeigt und der Chat ist, wie wir gefühlt, am Durchdrehen. Da werden wir aber auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Auch diese ganze Twitter-Mentalität, dass quasi jetzt hier über gestorbene oder tote Personen jetzt noch so geredet wird und man sich so Aufzeichnungen von diesem Menschen anschaut. Das sind halt alles so Sachen, wo ich mir so die Frage gestellt habe, ist das irgendwie, also ist das sinnvoll und ist es respektlos dem Gegenüber oder hätte der das gewollt oder so, wisst ihr, wie ich meine? Also das ist so, das soll irgendwie auch das Thema von dem Video gerade sein. Ich möchte so ein bisschen darauf aufmerksam machen, wie schnell es eigentlich gehen kann, dass man sich als Person des öffentlichen Lebens, gerade im Internet und gerade auch auf Plattformen wie Twitch, wo man sich eben sehr authentisch, sehr ehrlich, sehr offen und hautnah, so eine Art, diesen Menschen preisgibt. Und wie schnell es eigentlich kommen kann, dass man sich einsam fühlt, scheinbar. Also das ist das, was ich so mitgenommen habe aus der Doku irgendwie auch. So dieses, auf der einen Seite irgendwie 35.000 Leute gucken sich deinen Stream an und du lebst gar nicht mehr so eine Art. Und auf der anderen Seite fühlt man sich anscheinend im Leben so einsam, dass man sich eben das Leben nehmen möchte. Das ist einfach eine Widersprüchlichkeit ja eigentlich auch. Und die zeigt einfach auch, wie stark man unterscheiden sollte zwischen der Person, die man in der Öffentlichkeit darstellt oder lebt und der Person, die man im echten Leben ist. Und es ist sehr schwierig, das zu beschreiben, was ich meine. Ich möchte einfach nur so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass wenn ihr auch sowas machen wollt, wenn ihr auch auf Twitch aktiv sein wollt, wenn ihr auch auf YouTube aktiv sein wollt, es wird immer von dem allerersten Moment an, wo ihr anfangt, werden Leute kommen und die werden versuchen, euch niederzumachen. Ja, die werden versuchen, eure Videos zu disliken, dumme Kommentare zu schreiben. Gerade am Anfang bekommt man kaum Kommentare. Das heißt, wenn man dann einen einzigen negativen Kommentar zum Beispiel bekommt, dann denkt man schon so, wow. Ja, es gab wirklich Zeiten am Anfang auf YouTube, da habe ich ein Video hochgeladen, da hat einer darunter geschrieben, du bist behindert oder so. Und da habe ich mir dann wirklich zwei Tage lang einen Kopf drüber gemacht. Was hat der Typ für ein Problem mit mir und so weiter? Würde jetzt bei den nächsten Videos auch kommentieren. Und man baut sich so ein Fell auf im Laufe der Zeit irgendwie und auch auf Twitch. Dann kommen irgendwelche Leute rein und schreiben einen Quatsch rein irgendwie in den Chat. Und am Anfang denkt man irgendwie so, man müsste noch nett zu den Leuten sein und irgendwie sie beschwichtigen und wie sie dazu führen, dass sie einen mögen und solche Geschichten. Aber so länger man das irgendwie macht, realisiert man eigentlich, wie im echten Leben ja auch, man kann sich nicht mit jedem verstehen. Und nicht jeder hat Bock auf einen, ja, nicht jeder mag mich irgendwie. Und das ist auch vollkommen okay, weil es Leute gibt, die derjenige mag, ja. Das bin aber vielleicht nicht ich und das ist halt einfach nicht mein Problem, sondern da sind wir einfach nicht auf einer Wellenlänge. Nicht nur, dass man ein extrem dickes Fell braucht, um sich gegen diese ganzen Sachen irgendwie auch wehren zu können und auch so mit sich persönlich im Reinen damit zu sein. Ich glaube, da muss man schon irgendwie auch eine fortgeschrittene Persönlichkeit auch irgendwie haben, so einen Charakter, dass man damit klarkommt und nicht sein Feeling irgendwie davon abhängig macht, wie das Online-Feedback auf einen gerade ist. Das ist, was ich meine, weil wenn man wirklich jeden Shit über sich preisgibt im Internet und immer eine Reaktion darauf erhofft irgendwie und dann nur von der Reaktion quasi ableitet, ey, geht es mir gerade gut oder schlecht im Leben? Dann ist man irgendwann abhängig von den Leuten, die einem online folgen, ja. Und ich glaube einfach, man sollte eine ganz klare Trennung machen zwischen Leuten, die einem online folgen und einer Person, die man online darstellt und dem, was man wirklich in seinem Leben repräsentiert und was man hier im echten Leben, ja, was man hier anfassen kann, was man da macht. Welche Menschen einen da umgeben, mit wem man sich da beschäftigt und ich glaube, diese ganze Online-Welt ist gerade für Leute gefährlich, die irgendwie soziale Probleme in ihrem privaten Umfeld momentan haben und dann irgendwie online auch aus irgendwelchen Gründen viel Aufmerksamkeit bekommen und halt eben diese Emotionen, die dann online kommen, ja, und wenn die dann schlecht sind, sehr, sehr doll in ihr echtes Leben tragen und dadurch halt dann Probleme bekommen. Und das zweite Thema, was ich hier noch ansprechen wollte, was mir gerade so ein bisschen aufgefallen ist, einfach auch jetzt nicht nur in Bezug auf den Suizid von Ragful, diese Mentalität einfach auf Twitter irgendwie so Sachen durch den Dreck zu ziehen oder wie, sei es die Messet-Geschichte, wo auf einmal gefühlt jeder, der bei Messe drin war, innerhalb von Stunden gefühlt von der, von den Leuten auf Twitter dazu gedrängt worden sind, auf jeden Fall Messe zu verlassen und sonst machen sie sich auch strafbar oder wie auch immer. Und auch wenn da vielleicht was dran sein sollte, entsteht halt durch diese Sachen immer auch ein extremer Druck auf die Leute, die sich eben im Internet und auch jetzt in dem Fall in der Gaming-Welt eben öffentlich präsentieren und in diesen Organisationen eben Mitglieder waren. Und auch bei anderen Themen, gerade auf Twitter ist es echt so, dass ich sagen muss, so in den letzten Monaten und Wochen ist es schon krank, was da zum Teil für eine Kultur entsteht irgendwie, ja, die eigentlich so dafür steht, für diesen Druck, der aufgebaut wird, ja, wenn einfach irgendwie hunderttausende Leute dir tweeten irgendwie, ja hier, mach dieses, mach jenes irgendwie, irgendwann glaubt man es dann halt, denke ich auch, ne, und, ähm, jetzt auch hier die Geschichte bei Rackful, das quasi, äh, jetzt hier im Nachhinein, also er hat, man sieht seine letzten Tweets hier quasi noch, die er gemacht hat und, ähm, hier hat er irgendwie noch jemandem ein Heiratsangebot gemacht und, ähm, ne, ihr seht hier schon tausend Kommentare, ne, und kann ich mir auch vorstellen, dass sich eine, einige davon wahrscheinlich noch durchgelesen hat halt, ne, und aber jetzt so dieses, auch jetzt hier seine ehemaligen Übertragungen zu zeigen und ich meine, wir sprechen hier wahrscheinlich über jemanden, der ja schon gestorben ist irgendwie und ich weiß nicht, ob diese ganze Entwicklung irgendwie so positiv ist oder so sinnvoll ist, wirst du, was ich meine, also, dass man sich jetzt, äh, so in so einem großen Umfang, ähm, mit dieser Person dann irgendwie, sich über seine privaten Sachen so zu unterhalten und dann irgendwie, ähm, jeder schreibt wie seinen Senf drunter, ähm, ich weiß nicht, ich, ich will das jetzt nicht, nicht gut oder schlecht, äh, bewerten in dem Sinne, ich will einfach nur euch zum Nachdenken anregen eigentlich, auch generell mit dem Video heute und ob es vielleicht einfach, wenn ihr euren nächsten Tweet verfasst, so in der Art, ja, bei jemandem vielleicht drüber nachdenkt, dass der halt schon auch, ähm, was auswirken kann bei den Leuten, ne, wo der dann ankommt und, ähm, ne, die Leute lesen das auch und, äh, so Shitstorms und rummemen und so weiter sind einfach ein großer Teil vom Internet, aber es kann halt eben auch, ähm, böse enden und, ähm, wenn ihr selber eben auch in irgendeinem von den Bereichen tätig werden wollt, dann überlegt euch das wirklich genau, überlegt euch, wie viel ihr von eurer privaten Person preisgeben wollt, äh, nicht nur, ne, hier, geografisch, ja, das sollte man sowieso nicht machen, ne, Adresse liegen und so weiter, aber auch von euren Gefühlen her, ja, wie tief lasst ihr die Leute vordringen, ja, wie tief dürfen die Leute in eure Gedanken, in eure Gefühle rein und, ähm, Wreckfull hatte viele Zuschauer wahrscheinlich auch, weil er die Leute sehr tief reingelassen hat in sich und, ähm, das kann problematisch werden, wenn man damit nicht, äh, klarkommt, sag ich mal, wenn man mit dieser Offenheit, wenn man vielleicht, also, wisst ihr, also, wenn man offen war, aber es dann irgendwann merkt, dass es vielleicht ein Fehler war, so offen zu sein, und, es gibt einige Leute auf Twitch, die auch sehr erfolgreich sind, aber die Charaktere einnehmen, ne, Asimund Gold ist eigentlich auch eine Art, äh, Charakter, den er spielt, ne, Dr. Disrespect ist auch ein Charakter und, ähm, müssen wir mal drauf achten, viele Leute, ich will jetzt nicht sagen, sind nicht echt, aber viele, ja, spielen einfach so eine Art Rolle auf Twitch, ne, Asimund Gold zum Beispiel, äh, spielt eigentlich auch eine Rolle, wenn man sich mal seine, äh, YouTube-Videos anschaut zum Beispiel, da ist so eine komplett andere Person, mhm, Dr. Disrespect hat eine komplett andere Figur entwickelt, ne, es sind auch immer Dinge, die euch vor solchen Sachen schützen, und, ja, es ist halt einfach, ähm, seid euch über im Klaren, Leute, wenn ihr sowas anfangt, was wollt ihr von eurem Leben preisgeben, ne, und, ähm, bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass ich, dass ich eigentlich, ähm, auch schon gerne über mein Privatleben rede, aber ich, schätze ich mich zumindest so ein, trotzdem das sehr gut trennen kann, zwischen der emotionalen Ebene, was ich preisgebe, und einfach nur der privaten Ebene, ist nochmal ein Unterschied, das ist ja, wie ich meine, und, ähm, wenn es aber dann so um Themen wie Liebe, und, äh, wie man wird verlassen, oder Partnerschaft und so, sowas, glaube ich, würde ich auch nie, und wenn, dann halt auch nur relativ oberflächlich besprechen, aber das wäre dann so ein Punkt, wo ich, glaube ich, auch irgendwann sagen würde, ey, nee, äh, macht mal euer eigenes Ding, beschäftige euch in dem Bereich mit euren eigenen Problemchen, und ich habe meine eigenen zu tragen, äh, aber ich glaube, es gibt so einen feinen Unterschied, zwischen über private Dinge reden, einfach so, zum Beispiel, keine Ahnung, mir geht es irgendwie heute kacke, und heute war irgendwie das und das, und morgen gehen wir dahin so, ne, und halt irgendwie eben, ey, ich fühle mich gerade einsam, oder ich fühle mich gerade so und so, und der hat das gesagt, und, ähm, früher in meiner Vergangenheit, ähm, sind die und die Dinge passiert, ne, also seid euch wirklich im Klaren drüber, ähm, ja, dass es auch nach hinten losgehen kann, Leute. Ja, heute mal, wie gesagt, ein kleiner, ähm, Talk über diese ganze, ähm, Internet, Shitstorm, Mentalität irgendwie, über, ähm, ja, Leute, die einen Hype haben, ne, die haben auch immer die Möglichkeit, einen negativen Hype zu haben, und Hate anzuziehen, oder irgendwie, äh, Trolle oder Leute, die euch verarschen wollen, und die euch irgendwie was Schlechtes wollen, warum auch immer, einfach nur, weil ihr halt, ähm, bekannt seid, seid euch einfach drüber im Klaren, Leute, egal, egal, was ihr machen werdet, egal, wie viel, Leute ihr erreicht, und egal, wie gut herzlich ihr seid, es wird immer, immer, immer Leute im Internet geben, die euch versuchen, fertig zu machen, ja, und wenn man das einmal so realisiert hat, und sagt, ey, ähm, und einfach nur für diese Leute, die einen da haten, einfach nur ein Mitgefühl hat, und so denkt, ey, irgendwas ist anscheinend in seinem Leben grad nicht so geil, und deswegen muss er halt irgendwie haten, ja, ich glaube, das ist der einzig sinnvolle Weg, das sagt Gary Vee auch immer, habt einfach Mitgefühl mit Leuten, die euch haten, ja, das ist halt einfach, bei denen läuft irgendwas nicht gut halt einfach, ne, und das ist glaube ich, der einzige Weg, den ich für mich gefunden habe, um damit umzugehen, weil wenn man das so ignoriert ist und weg löst, mir ist alles scheißegal, ja, das stimmt nicht, das ist euch nicht scheißegal, und wenn man sich darüber lustig macht, und so weiter, ja, zeigt einfach ein Mitgefühl, und denkt einfach, ey, die Leute haben selber irgendwelche Probleme, und das ist der einzige Grund, warum sie flamen, oder treuen, ja. Gut Leute, ich hoffe, ihr konntet vielleicht von dem heutigen Video was mitnehmen, wenn ihr überlegt, mit Twitch, YouTube und so weiter anzufangen, dann überlegt es euch genau, wie viel ihr von eurer Person preisgebt, und egal, wer euch im Internet folgt, oder feiert, oder euch irgendwas schreibt, oder sagt, genießt es, ja, und, geht all in, YouTube, Twitch, Gaming, eSport ist die Zukunft, und, äh, eine richtig geile Geschichte, für sehr viele Leute, aber, verliert nicht den Boden, ja, oder ist der Tisch, kann ja nicht auf den Boden hauen, unter den Füßen, Leute, und seid hier, im echten Leben, auch aktiv, nicht nur die Monitore glotzen, okay Leute, alles klar, sagt mir gerne eure Meinung, zu den ganzen Themen, die ich heute angesprochen habe, den Kommentaren, ich bin sehr gespannt auf die Debatte, an der Stelle, und, ähm, tschau, tschau. Musik